In meiner Utopie werden Dinge so produziert, dass sie lange halten und wir sie selbst reparieren können. In meiner Utopie können alle sozial Schwachen, alle alternativen Therapien und Behandlungen und immer wenn es sofort, wenn es nötig ist, auf Kasse oder sonst wie selbstverständlich bekommen. In meiner Utopie gibt es keinen Rassismus mehr, weil weiße Menschen sich mit ihrer Geschichte, ihren Privilegien und ihrem Weißsein auseinandergesetzt haben. In meiner Utopie maximieren wir nicht den Profit, sondern den Fun. Leider leben wir noch nicht in dieser potenziell geldlosen Utopie. Aber dafür veranstalten wir ja gerade den Kongress Zukunft für alle. Damit wir gemeinsam Ideen und konkrete Vorstellungen davon entwickeln können, wie diese ökologisch und gerechte Zukunft aussehen kann. Leider fehlen uns für die Finanzierung des Kongresses noch 33.000 Euro. Deswegen ist das hier auch unsere Bitte an euch, uns dabei zu unterstützen.